Super schicke in 3 Zimmer Mietwohnung mit Testbalkon, große Dielen und Garderobenbereich mit Deckenflut da drin, Dielenfußboden in der Diele, 2 Zimmer auch Dielenfußboden und Wohnzimmer mit Testbalkon oder 3. Zimmer hat Laminatfußboden. Gehen wir erstmal durch die Diele durch, machen wir gleich erstmal rechts im ersten Schlafzimmer an. Schlafzimmer zum Innenhof, das erste, sehr sehr ruhig. Aber es ist ja eh eine ruhige Seitenstraße, das passt eh. Wir haben Stuck an der Decke. Blick fensterseitig ins erste Schlafzimmer oder Schlafzimmer zum Innenhof. Nochmal fensterseitig. Blick ins erste Zimmer zum Innenhof. Hör mal den Stuck nochmal an der Decke schön. Gehen wir jetzt zum großen Zimmer. Große Zimmer, sehr helle Wohnung. Große Zimmer mit Westbalkon, Abendsonne. Stuck an der Decke. Woher Seitenstraße, Nähe Tempelhofer Hafen. Hier haben wir abends die Sonne aus dem Altraum. Blick fensterseitig ins große Zimmer. Blick fensterseitig ins große Zimmer. Da oben nochmal den Stuck schön. Schlafzimmer. Das hat auch geschneiden müssen. Auch zum Westbalkon. Wie gesagt, hohe Seitenstraße. Da wir Winter haben, schneiden sie natürlich. Blick von der anderen Seite in den Balkon rein. Von der Balkontür ins große Zimmer. Hier natürlich auch nochmal den Stuck, dass Sie das sehen. Wunderschön. Jetzt gehen wir ins zweite Zimmer. Zum ruhigen Innenhof. Ein Zimmer straßenseitig mit Westbalkon. Blick fensterseitig ins zweite Zimmer. Zum ruhigen Innenhof. Hier haben wir auch ein bisschen Stuck, aber nur für die Lampe da oben. Klicken. Auf der anderen Seite. Blick fensterseitig nochmal. Blick in das Dielenbereich und Katarobenbereich. vom zweiten Zimmer zum ruhigen Innenhof. Jetzt gehen wir Richtung Ausgang wieder. Jetzt haben wir hier die große Wohnküche. Mit Herd mit Ceranfeld, Spüle, diesen Spiegel groß. S-Bereich hier rechts. Blick fensterseitig in die große Wohnküche. Jetzt fehlt das Wichtigste überhaupt. Jetzt fehlt das super schicke Wannen- und Duschbad. Mit die Rechtsvorhänge, WC, Waschtisch, Videolampe, großes, riesengroßes Fenster. Badewanne, Busche, großer Waschtisch über der Abstand, der herkommt. Aus Agur maßgerecht angefertigte Glasfront für die Dusche. Blick fensterseitig in das Wannen- und Duschbad. Jetzt sind wir durch die drei Zimmerwohnung familientauglich oder Wicitauglich schon wieder durch. Ich danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Schatten die Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.